Der Mensch befindet sich in einer simulierten Realität. Diese künstliche Realität wurde eins von hochentwickelten Außerirdischen installiert, die noch heute von der Existenz der 3D-Matrix profitieren. Diese Installation verleiht jeder Seele eine falsche Identität, einen neuen Körper und Amnesie, damit sie sich nicht an ihre Herkunft und an ihre Mission erinnern kann. Diese Voraussetzungen erfüllen eine immerwährende Reinkarnation, einen Wiedergeburtskreislauf, der sich über Jahrtausende hinziehen kann. Jonathan Dielers beschreibt durch die Mastertechnik, die spirituelle Dissoziation, einen Weg, der Reisen außerhalb der Matrix ermöglicht. Auf diese Weise gelangt er an Informationen, die verblüffend, erstaunlich und unfassbar sind. Reisen jenseits der Matrix, spirituelle Dissoziation und die Suche nach Erleuchtung. Seine Informationen mithilfe der spirituellen Dissoziation gewährleisten dem Leser einen Blick in die Tiefen des Kaninchenbaus. Reisen jenseits der Matrix zeigt einen beschleunigten Weg auf, die Matrix zu verlassen und den Kreislauf der Wiedergeburt überwinden und beenden zu können. Dein Erleuchtung ist der Grundutzungsgraum. Untertitelung des ZDF, 2020